Also Freunde, wir legen los. Once Again Backs The Incredibles bzw. Once Again Back A The Incredibles. Heute niemand Geringeres hier, als der King of Rap in meinen Augen. Cool, Savas. Mich freut es übertrieben, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Gespräch anfangen soll. Ja. Weil, ich meine, du hast es bestimmt schon oft gehört. Und ich will nicht auf diese Schwanzlutscher-Tour kommen. Von wegen, du bist der Krasseste und sonst was. Aber im Grunde genommen müsste ich es. Weil du für mich ein Idol bist. Eine wirklich lebende Legende. Ich habe angefangen, deine Mucke zu hören. Da ging es los mit LMS. So um die 2000er Zeit war das. LMS, Pimp-Lekionär. Und dieser ganze Stuff. Und seitdem bist du für mich... Ich kann das gar nicht so beschreiben halt. Danke dir nicht. Jetzt sitzt du hier und wir talken eine Runde. Ja. Und ähm... Dankeschön erstmal. Vielen Dank. Ja. Also weißt du, was lustig ist? Ich habe angefangen, wie gesagt, da kam ich gerade so... Das war so fünfte, sechste Klasse. Und ein Kumpel von mir, Max hieß der, Grüße gehen raus, hat mir von seinem großen Bruder Ralf, schöne Grüße gehen raus, hat mir eine CD von dir gebracht. Wo hat wie gesagt die besagten Titel Pimp-Lekionär, LMS, Blasen, Schwule, Rapper und diese ganze Zeug drauf war. Und ich dachte mir so, Alter, wie krass. Der ist krass halt so. Was ist das so ein Typ, was labert der da so? Und ich wurde sehr pädagogisch erzogen so von den Eltern. Und ich wusste, ich musste es heimlich hören, die Scheiße. Ich kann es meine Mutter, die schlägt mich halt. Also nicht schlägt mich, aber die rastet aus. Und irgendwann, wie es dann so kam, kam das halt an die Öffentlichkeit. Beziehungsweise meine Mutter hat es gerafft. Also was arbeiten deine Eltern? Meine Mutter war damals Klavierlehrerin und mein Vater war Geschäftsführer von einer großen Umschulungsfirma. Also, ich sag mal, wohlhabend. Also war alles da, was man braucht. Und ich hatte einen besten Freund. Den grüße ich jetzt auch noch. Danach ist gut. Schulz, grüße gehen raus. Mit dem habe ich das zusammen gehört. Und dann haben sich unsere Eltern, die haben das dann rausgekriegt, dass wir deine Muck gehören. Und die haben original, die sind voll auf die Barrikaden gegangen. Wir zeigen denen an, dieses Arschloch, was vermittelt der Verwerte. Und die sind halt voll abgegangen. So zwei starke Frauen. Die haben nämlich auch angezeigt. Nee, ich glaube nicht. Aber die wollten dich auf jeden Fall anzeigen. Ist ja irgendwann auf dem Index gelandet. Das heißt, vielleicht haben deine Eltern und Schulzes Eltern da was mit zu tun. Liebe Grüße. Nee, ist ja auch richtig so. Ich meine, Eltern müssen ja auch gucken, was die Kinder machen und was die hören. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass das für Eltern, die mit sowas noch nie konfrontiert waren, auch nicht verstehen in dem Moment oder raushören die Satire dahinter oder die Ironie, dass das dann für die natürlich total unpackbar ist. Also die Texte waren ja auch schon ziemlich grob. Die waren, grob ist sehr, sehr vornehm ausgedrückt. Assoziant. Ja, nee, es war wirklich so. Hochgradig assoziant. Auch meine Mutter, als ich dir jetzt gesagt habe, ist so, Mama, ich treffe mich mit Sabas. Was? Und mittlerweile checken sie, ich mache ja selber Rap und so, ich bin älter geworden und so. Aber konnte sie sich erinnern dann auch? Ja, ja, klar. Sie hat direkt gesagt, wenn du siehst, hau ihm eins hinter die Löffel und so. Ja, mach das. Jetzt mache ich das mal so, ach, ganz fest, nur für Mama wartest. Und meine Frage ist so. Wie? Was war? Also wenn du, ich meine, gibt es eigentlich irgendwelche Tabus, die ich dir dann ansprechen soll? Das haben wir eigentlich vor dem Interview, hätten wir das checken sollen. Weil ich habe halt viele Fragen und wenn du halt auf eine Frage keinen Bock hast, sagst halt einfach keine. Dicke Frage, ja, dann machen wir weiter. Ja, ist ja egal. Was, wenn du dich daran so erinnern kannst, warum hast du so Texte geschrieben? Was war so? Du, ehrlich gesagt, war das mein Humor oder ist es nach wie vor auch? Und ich habe Musik von Too Short gehört so und Too Short hatte immer so Texte, da ging es immer um Bitches und Hoes und bla bla bla. Und es war immer sehr provokant und Rap damals war sehr in zwei Lager so, ne? Also das war, das eine Lager war so die Westküste, die haben schon sehr, sehr viel asoziale Texte gebracht. NWA, Too Short, MC8 und so weiter. Und auf der anderen Seite hattest du die East Coast Sachen so, ne? Und da hattest du dann keine Ahnung, so Tribecore Quest und so weiter, die eher diesen sogenannten Conscious Rap so gemacht haben gewissermaßen. Und ich war einfach sehr auch von der Westküste inspiriert und das hat einfach auch so meinen Geschmack getroffen. Ich mochte immer so alles, was so ein bisschen provokant ist, was so ein bisschen übertrieben und überzeichnet ist. Und ich mag, wie nach wie vor sowas wie Rick und Morty, ich kann darüber lachen, andere finden das total unwitzig. Und ich finde das lustig und, aber ich habe das schon auch versucht, also das war, oder bis heute auch, wenn ich ein blödes Zeug erzähle, ist das dann nicht immer meine Meinung oder so. Also oftmals ist es einfach nur dann so ein Mittel zum Zweck, einfach um was Cooles zu sagen oder was Lustiges zu sagen. Ja, aber ich meine, im Rap gibt es ja sowieso, da haut man ja gerne mal auf den Putz, so, ne? Und schlägt ein bisschen über die Stränge, ne? Aber was du halt damals gemacht hast, ich finde, das war schon, sowas Hartes macht ja heute keiner. Oder zumindest nicht in der Musikrichtung, die ich höre. Vielleicht ein Frauenarzt oder so, die hauen mal da so raus mit diesen vulgären Texten. Aber was du damals gemacht hast, zumindest habe ich das so wahrgenommen, das war halt so jenseits von Gut und Böse. Und es hat halt bei vielen auch, glaube ich, bei Frauen so den Eindruck erweckt, dass du Frauen feindlich wärst. Ja, ja, genau, das wird mir auch oft vorgeworfen. Aber da habe ich immer gesagt, ja, die kommen nicht aus der Rap-Szene, die können das nicht nachvollziehen, ne? Weil auf meinen Konzerten waren ja auch Mädels und die, die haben das abgefeiert, die fanden das witzig so. Also, ja, wie gesagt, ich komme auch aus einer Pädagogenfamilie, meine Eltern sind beides Erzieher. Und vor denen habe ich das auch lange Zeit irgendwie mehr oder weniger geheim gehalten, die Musik so, ne? Weil ich mir auch dachte, okay, das können die ja gar nicht nachvollziehen. Egal, was ich denen sage, sorry, die werden denken, ich habe eine Meise. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Was sagen denn deine Eltern? Ich meine, du kannst es von denen damit geheim... Ja, mittlerweile, die finden das nicht toll, so, ne? Also, die reden ja jetzt auch nicht privat, wenn wir jetzt zu meinen Eltern gehen, meinen Geschwistern oder so, wenn die ganze Familie sich trifft. Und wir reden ja jetzt nicht super asozial, ne? Also, alle anständig und normal, aber... So, meine Mutter hat das so versucht, so ein bisschen wegzulachen und hat so gesagt, ja, der spinnt halt. Aber die wusste auch, ich habe ja auch irgendwie, auch im Alltag habe ich auch so meine Macken so, ne? Und ich erzähle auch so Unsinn schon, ne? Das heißt, sie hat das irgendwie so als Unsinn abgetan. Aber, ja, sie hat ja auch immer gemerkt, dass das auch blödsinnig verpackt ist, so weißt du, so ein Unsinn, so als sie nicht scheißt dir aufs Brot und du denkst, das ist ein Teller und Pipapose. Das kann ja kein Mensch wirklich ernst meinen in der Form. Ja, sei denn, du hast einen Knacks halt. Ja, den habe ich gewissermaßen, aber es war okay. Es war jetzt nie so dramatisch. Ich bin jetzt nie so echt mit meinen Eltern hart in den Konflikt gekommen. Mein Vater hat zum Beispiel, der hat auch später jetzt, also auch zu Aura-Zeiten, hat er zu mir gesagt, ja, du machst immer dieses Battle-Rap-Ding und so. Und es geht immer nur darum, dass du der coolste bist und du machst alle anderen fertig und so. Aber mit deiner Reichweite und mit der Art, wie du die Menschen beeinflussen kannst, wäre es doch auch schön, wenn du was sagen würdest, was den Leuten auch vielleicht, weil du denen was mitgibst, so, ne? Und irgendwas, so was denen auch hilft oder was irgendwie, was eine Veränderung auch bringen kann. Und das habe ich mich schon stellenweise auch zu Herzen genommen, ne? Also mein Vater ist da schon kritisch herangegangen. Okay. Du rappst auch immer, wenn wir gerade schon bei deinen Eltern waren, ich kann mich so an so Zeilen erinnern, ähm, äh, äh, mein Vater konnte es nicht glauben, die Mutter fing an zu weinen, als ich sage, ich werde Rapper, ich habe technische Zeichen und diese Dinge so, ne? Ja. Und, ähm. Geil, du kennst die alten Sachen, ja, das war aber in der Tat so, genau. Ich sag dir ehrlich, du kannst mir jetzt, ne? Ich meine es ernst so, ich habe auch vorher schon zu denen gesagt, ich rappe deine Parts besser als du. Wahrscheinlich kennst du ihn besser als ich, ja. Ne, wirklich auch so, wenn ich, äh, ich habe so überlegt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, das habe ich auch vor keiner, vor keiner Jiggy Will's Wissen Folge jetzt gemacht, weil, weil ich so bei dir, wirklich so, ich musste mir das aufzeichen, äh, aufschreiben, weil es gibt so viel, auch wenn ich nur so diese, diese ganzen Exclusives oder auch die, die Parts auf kaputte Sicht bei kaputte, seinen Mixtape, ähm. Du kennst die alle. Ihr meint, mein Flow ist Horror, wie Bläh, bitch, komm her, bitch, ich, gib dir den Dicke, den Mund wie ein Rettich, leg ihn auf dein Face wie ein Teppich, nein, ey, es ist so, und es gibt so viel, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich mit dir beschwätzen soll, deswegen habe ich auch viele Hobbies von mir, ne, mit denen ich dich früher totgepumpt habe, glaubt mir, die gratulieren mir, als hätte ich Geburtstag. Die schreiben mir, die schreiben, ohne Spaß jetzt, die schreiben mir, ey, krass, dass du dich mit Star Wars triffst und so, wir können es alle nicht glauben, wir gratulieren ja auf Insta und WhatsApp mehr Leute, als hätte ich Geburtstag gehabt. Schönen Grüße an die, an die Gratulanten. Ey, das ist halt wirklich so krass, weil du für viele, gerade aus unserer Gegend, du warst halt so, das war so, ich weiß es nicht, wie man das, das kann man nicht beschreiben. Ja, aber Frankfurt hatte ja auch einen ähnlichen Vibe wie Berlin, so, ne, ich glaube, deswegen haben sich die Frankfurter und Berliner Musiker auch immer ganz gut verstanden, weil das irgendwie auch so ein bisschen, auch zu dem Zeitpunkt, war, war das vom Sound her, hat das irgendwie so, gab es da Überschneidungen, das war schon ähnlich. Mhm. Ja. Ähm, es ging dann weiter so 2002, beste Tag meines Lebens, kam da raus, ne. Komischerweise war ich da so ein bisschen geschockt, weil ich hab so den Star Wars erwartet, der mir jetzt wieder Kacke ins Maul stopft, ne, so, und mir den Hals winkt. Und dann war ich erst so ein bisschen, ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich der beste Tag meines Lebens gehört habe, so dachte, was ist das jetzt so, frei von gebeideten Beats und peinlichen Rhymes und so, ne, da dachte ich so, warum denn jetzt, gib mir doch, was ich hören will, ne. Und da war ich erst so ein bisschen enttäuscht und hab auch gar nicht so gecheckt, welche Features du da auf diesem Album hast, ne, so mit Royce of Five Nine, Corrupt und so, das ist halt, das ist, ich weiß nicht, das ist so, auch einfach kaum in Worte zu fassen, jedenfalls hab ich lange gebraucht, bis ich das Album feiere und jetzt ist es für mich so, das steht mit Ami-Rap-Alben, steht das in der Top Ten bei mir. Auch das Feature mit Asad, ich könnte dir das jetzt vorraten, aber ich will dir gar nicht auf den Sack gehen, aber dieses Gib auf mit Asad und so, das ist zu abnormal, ich hab mich immer gefragt, wie kann man so flowen, jedenfalls. Ne, aber das, was du gerade gesagt hast, das hab ich damals auch schon häufiger gehört, aber es war ja so, damals war das nicht so die Zeiträume von etwas produzieren bis etwas rausbringen, die waren einfach extrem lang, ne, das war nicht so wie heute, dass du einen Song aufnimmst und den dann am nächsten Tag direkt online stellst, ähm, deswegen, zu dem Zeitpunkt, als die Leute LMS, Pimpelgöne und so weiter gehört haben, waren die Songs für mich schon zwei bis vier Jahre alt, das bedeutet, in der Zeit hab ich eigentlich, war ich schon wieder auf einem ganz anderen Film und ich fand's natürlich auch nicht schlecht, irgendwie, jetzt mal auf die andere, auf die andere Art und Weise zu schocken, so, ne, weil die Leute wollten mich in so eine Schublade packen und haben gesagt, ja, das ist der Porno-Rapper, das hab ich gehasst. Einmal den Kanal abonnieren und ab! Ich hab mich eher als Battle-Rapper gesehen, aber die haben gesagt, das ist der Porno-Rapper und, ähm, da wollte ich, auf diese Schublade hatte ich auch keinen Bock und deswegen hab ich auch gesagt, ja, da mach ich auch absichtlich auch nochmal genau das Gegenteil und so ein Song wie Beste Tag, den haben die Leute damals auch nicht erwartet, so, ne, und... Aber legendär, haben wir uns gerade, hab ich mir gerade hier reingezogen, bevor du kamst, hab ich ihn hier laufen lassen, so, wirklich so, weil, weil auch mich da warm zu machen, irgendwie so, weil, um mir dieses Feeling, diese, diese Nostalgie wiederzuholen, es ging dann weiter, oder was heißt, es ging weiter, ich hab mir meine Favorite-Alben, was ich auch überkrass gefeiert hab, war nur noch 24 Stunden mit Inmedic. Ja. Ähm, Tracks dabei, wo, zu heftig, jeder Track eigentlich, so, Kauf, Kauf oder, ähm, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, wollte keinen Job mehr, äh, diese, diese Dinge, ähm, sind, krass, One mit Asad, der Beste Tag meines Lebens, Remix, ähm, Album kam dann auch raus. Genau, die Beste Tage sind gezählt, ja. Ach so, genau, 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 genau. Mit dem Euer Bester Freund Mixtape und so. Mit, äh, genau, mit Euer Bester Freund, äh, äh, weiß ich nicht mehr, genau, es gab ja Savas goes Hollywood, das, aber... Euer Bester Freund war ja die, die, die zweite Seite von dem Remix, von Beste, die Beste Tage sind gezählt und da war eine zweite CD drin, das war Euer Bester Freund. Okay, und auf Euer Bester Freund war, glaube ich, dieses Maya-Outro, wo du auf irgendeinen so einen Maya... Ja, 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 genau, 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 genau. Mega nice, ab nun mal. Ähm, jetzt ist meine Frage so, du bist so krass halt schon lang dabei und immer so auf dem, naja, nennen wir es mal, was heißt auf dem gleichen Level, du bist aber auf jeden Fall komplett am Start in diesem Game so. Wenn jemand fragt, ey, wer ist die Eins, sagen von zehn Leuten neun Savas, so, oder? Meine Frage ist, wie hast du diese, oder was treibt dich an, wie ist deine Motivation, dass du das über so eine lange Zeit durchgezogen hast, sage ich mal, oder dass du so am Start bleibst? Das ist einfach, weil ich gerne Rapper, Alter, also ich mache wirklich gerne Musik und, ähm, selbst wenn ich nur noch 500 CDs verkaufen würde und wenn, selbst wenn alle sagen würden, du, wir haben kein Interesse mehr daran, ich würde ja trotzdem noch Musik machen. Also, das wird immer mein Hobby bleiben, das ist, äh, so wie ein Zocker immer Bock hat zu zocken eigentlich, bin, hab ich immer Bock zu rappen und jemand, der, der gerne Fußball spielt, der sagt sich auch nicht, irgendwann nach der Fußballkarre, du, ich, ich, ich werde jetzt nie wieder, äh, Fußball spielen, sondern, sondern, das ist dann deren Leidenschaft. Also, wenn du etwas leidenschaftlich machst oder, ich glaube, ein Bill Gates, egal wie reicht er ist, der wird immer irgendwie sich für Computersachen interessieren und so weiter, daher, ähm, für mich ist das ganz klar, das ist einfach meine Leidenschaft. Ich hab immer, immer darauf Bock, immer wieder so, ne, und, ähm, das ist auch so, so meine Zone, wo ich dann so abtauchen kann, wo ich dann mein Ding mache, wo ich dann irgendwie auch meinen Kopf frei kriege und hab ich auch bei, immer wenn ich rhyme, hab ich das ja auch so, weißt du, haben wir das genau erzählt, so, man ist einfach in, in einer anderen Welt irgendwie und in einem anderen Film. Und, ähm, was ich auch sehr krass finde, ich meine, es gibt so viele Rapper, so, du merkst irgendwann, die verändern sich, so, ne, die fahren auf einmal den Film, dann den Film, was ja auch gar nicht schlimm ist, so, ne. Beispielsweise jetzt auch, wenn ich das neue Sido, also Sido-Album höre, ich war am letzten Dienstag auf dem Konzert, mega nice, alles geil, so. Wo, in welcher Stadt warst du? Frankfurt, in Frankfurt, also, ja. Ähm, und natürlich mega nice, so, ich finde aber bei Sido, mir fällt das halt auf, aber gar nicht, wie gesagt, mit einem schlechten, äh, mit einem schlechten Hintergedanke oder so, mir fällt halt auf, dass er anders flowt und das alles so ein bisschen, ich will nicht sagen, radio-tauglicher macht, aber so ein bisschen humaner macht und es verändert sich einfach. Und wenn ich dein Zeug höre, dann denke ich so, letztens habe ich, habe ich echt nicht gerafft, ähm, bei was hat SRV davor, ne. Ich habe da eine Reaction drauf gemacht und auf einmal schreiben die Leute bei mir in Twitch so, ey, der Track ist irgendwie... Zehn Jahre alt, ja, genau. Ja, aber kein Scheiß und so, weil ich das überhaupt nicht gecheckt habe, so. Aber nehmen wir auch andere Tracks von dir. Du klingst so, wie immer schon. Also, du lässt dir nichts aufs Brot schmieren, du lässt dich nicht irgendwie einlullen, sondern du gibst immer noch diesen Spitter ab. Ja, es hat sich schon stellenweise, manche Sachen verändern sich, ne. Zum Beispiel, manche sagen, warum klingst du nicht wie früher, die verstehen aber nicht, dass mit dem Alter die Stimme sich auch verändert, ne. Also, die Stimme wird, umso älter du wirst, umso tiefer wird die Stimme und irgendwann, als Opa, glaube ich, wird die Stimme dann entweder, kackt sie ganz ab und dann kannst du so reden oder... Aber du willst trotzdem auf die Flow-Pattern gehen. Kai, das weiß ich, ich weiß nicht, ob das mit 80, 90 noch geht, aber das sind so Sachen, ne. Natürlich gibt es Dinge, die sich verändern so, aber es ist jetzt nicht so... Also, ich fühle mich in dem, was ich mache, so komfortabel und das ist so sehr mein Ding, dass ich gar keinen... Also, ich setze mich nie hin und sage, was mache ich denn jetzt nächstes Mal oder welchen Stil muss ich jetzt annehmen, damit das funktioniert oder was muss ich jetzt verändern. Ich denke darüber gar nicht nach, etwas großartig verändern zu müssen, weil ich möchte das, was ich mache, eigentlich nur optimieren. Im Grunde ist es genauso wie bei... Ich sehe das wirklich wie bei Autos, weißt du, also Porsche baut seit, keine Ahnung, 40 Jahren oder wie lange die den 911er bauen und der bleibt irgendwie immer gleich, aber doch immer irgendwie eine etwas bessere Variante, so weißt du, von dem, was davor da war. Und im Prinzip ist das mit meiner Musik auch gewissermaßen ähnlich. Das ist aber doch nicht einfach. Also, ich meine, ich mache auch Mucke seit langer Zeit, natürlich fernab von irgendeinen Regionen, aber es kommen schon Leute zu mir und sagen, ey, du rappst nicht mehr wie früher so. Und ich merke, dann will ich manchmal, ich gehe falsch verkrampft an die Sache ran und will wie früher klingen und schaffe es aber nicht. Ja, das... Bei dir ist es aber halt so, du bist halt so sufferschön, es ist halt irgendwie so immer dieser gleiche geile Style. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil es der eigene Stil ist. Also, wenn man etwas macht, was nur dir gehört, so, dann ist es auch, dann können die Leute das auch nicht nachahmen, so, ne? Das ist natürlich auch mit der Stimme zu tun und so weiter, aber ich glaube, der Stil, wie ich rappe, das ist jetzt nicht so... Ich glaube, es gibt relativ wenig Leute in Deutschland, die etwas machen, wo man sagen kann, irgendwie ist das so ein ähnlicher, hat so ein ähnliches, ähnliches Ding, so, ne? Also, zum Beispiel, ich glaube, den Oli Bagno kann man sagen, da sind Ähnlichkeiten mit einem CR7Z sind Ähnlichkeiten. Also, Rapper, die auch irgendwie darauf achten, viel Silben, so, ne? Dass da viel Übergänge, dass da irgendwie auch in den Sätzen sich Sachen reimen, so, weißt du, dass die Pattern irgendwie sich auch mal verändern, dass es viel auf die gleichen Fünfer, Sechser, Siebener, Achter Silben Endungen geht und so weiter, ne? Also, ja, ich glaube, das ist einfach schon irgendwie so etwas, was so, 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 oder da kannst du auch von mir aus ein Eminem oder irgendwelche gewissen Battle-Rapper da so reinzählen, so. Das ist dieser, irgendwie dieser Stil, so. Wirst du, bist du dir eigentlich bewusst, dass du manchmal so, das ist natürlich auch ziemlich krass, mit Eminem verglichen wirst du, dass manche sagen, also... Ja, ist natürlich für mich eine, ist natürlich eine große Ehre, lieber, wenn ich mit ihm verglichen, als mit, keine Ahnung, als mit, äh... Will Smith? Little Yachty oder irgendwas, so, ne? Also, wirklich, dann vielen Dank, aber, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir kommen aus einer indischen Schule, aber er ist er, ich bin ich, also, so, ich denke, auch inhaltlich ist das schon auch nochmal anders, aber... Ja, ja, vom Inhalt schon. Ich freue mich, wenn, also, so, weißt du, ein 911er will ja auch lieber mit einem, mit, mit, mit einem irgendwie, mit einem Ferrari verglichen werden, als, keine Ahnung, als mit einem LKW. Ich würde es wirklich gerne mal wissen, ne, wenn man dich so richtig, so richtig hardcore aus der Reserve lockt, sag ich mal, und auf einmal steht Eminem vor der Tür und macht, hier, 120 Bars against Savas. I'm going to kill you, auf irgend so einen krassen, der fickt dich richtig auseinander und du hast so die, du, du, du spürst so richtig dieses Battlegehen in dir und denkst so, alter, ich muss den, ich muss den killen, so, ne? Und ich würde, ey, keiner, ich will gar nicht so, natürlich Eminem krass, aber ich will gar nicht wissen, was du uns abliefern würdest, alter. So, ich weiß auch nicht, aber ich sage dir ehrlich, Eminem ist, ist Rap-technisch und Flow-technisch ist er, ist er fast nicht zu zerstören, alter. Ja, der ist, der ist, der ist, der ist auf dem, auf dem Niveau, das ist Wahnsinn, so, ne? Man kann wahrscheinlich, inhaltlich kann man da ihm irgendwie nur ans Bein pissen, aber, aber das wäre wirklich einer der letzten, mit dem ich Bock hätte, irgendwie, mich auf dem, auf dem Battle einzulassen, so. Ja, was sagst du zu der, zu der Veränderung von dem ganzen Game, was das so im Moment für eine Revolution, ne, mit dem Autotune, was immer präsenter wird, mit den ganzen Mero, Fero, Zero, Ero und Ayayay, Leleles und. Du, ich sage, Rap ist immer irgendwie ein Spiegel dessen, was, und Rap ist sehr, sehr jung, ne, das darf man nie vergessen, das heißt, es ist immer ein Spiegel dessen, was die jungen Leute, die Jugendlichen und, ähm, die, die Kids, die irgendwie vielleicht auch von der Straße kommen oder so, was, was die gerade abfeiern wollen, so, ne, und was die hören wollen. Und die suchen sich aus, was, was, weil es gibt ja tausend verschiedene Rapper, so, ne, aber die, die erfolgreich sind, die sind ja dann erfolgreich, weil die Kids sich aussuchen, die zu hören. Das bedeutet, die stehen dafür repräsentativ, so, ne, und, ähm, deswegen, ich könnte jetzt niemals sagen, also, so wie, wie manche sagen, ja, die machen das kaputt oder so, das ist ja voll der Blödsinn, weil, wie gesagt, es gibt ja tausend Alternativen, wo, wo Leute von, von mir aus irgendwie über diepes Zeug rappen oder ernste Texte oder so, ne, und, ähm, Aber wenn die dann halt nicht genug Klicks und Streams und Views haben, dann, dann ist das halt in dem Moment deren Problem, so, ne, also, ich für meinen Teil zum Beispiel, ich, ich heule jetzt nicht rum, dass ich sage, oh, da hat jemand irgendwie, ähm, zum Beispiel, ich bin nicht so stark auf YouTube, meine Videos haben jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hundert Millionen Views oder so, und wenn da jetzt ein Rapper ist, äh, der, der hundert Millionen Views hat, so, dann nimmt das ja von mir nichts weg, so, ne, dass jetzt zum Beispiel ein Siggi tausend Tattoos hat und das Ding geht so krass durch die Decke oder was, welcher Song war denn noch so, äh, Liebe von Siggi oder Senorita war so krass erfolgreich, so, ne, oder, äh, was, was war, hat er denn noch diese krassen Klicks, ähm, Kokaina, so, weißt du, also, das nimmt, das ändert ja nichts an dem, was ich mache, das macht mir doch nichts kaputt, das ist, das stört mich nicht, das fickt nicht mein Business, das hat musikalisch überhaupt gar keinen Einfluss auf mich, also, das ist, wenn man sich darüber aufregt, so, ne, dann ist es eigentlich nur reiner Hate, weil das gehört ja niemandem, das ist so eine universelle Sache, so, weißt du, also, äh, Rap ist da und, äh, und, äh, jeder darf seinen Teil dazu beitragen und jeder hat das Recht, das zu machen, was er möchte, ob er das Autotune-mäßig machen möchte, oder ob er das so, 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 Ravidi-Rap-Raps-Ligidi-Snack-Snack-mäßig machen möchte, wie ich, dann ist das, das ist jedem selbst überlassen, also, ich finde das so, so, irgendwie auch dumm da, so, zu versuchen, so eine, eine, so, als müsste man sich für eine Seite entscheiden, oder so, ne, das ist ja kein Fußballspiel, ähm, finde ich, mir, richtige Ansicht, äh, teile ich komplett deine Meinung, finde ich sehr gut, aber gibt's nicht ein Teil in dir, der irgendwie so dann sagt, so, ey, ich bin ja, oder warum verdient, warum, warum applaudieren bei dem Scheiß, den der macht, nennen wir es mal Scheiß, oder was er auch immer da tut, so viele Leute, und bei mir applaudieren vielleicht weniger, obwohl ich das eigentlich viel krasser kann, so, warum sehen die Leute nicht, dass ich krasser bin? Also, sagen wir mal so, ich würde mir natürlich für mich persönlich als Rap-Fan wünschen, dass in den Playlisten mehr Rap, wie ich ihn feiere, und wie ich ihn verstehe, und wie ich ihn empfinde, mehr davon drin wäre. Ich persönlich, ich bin kein riesen Fan, also, ich finde so Melodien und so weiter cool, und auch, und es gibt auch zwischendurch echt Songs, die ich abfeiere und so, aber ich bin kein, ähm, ich bin kein Monster-Fan davon, ich bin mehr Fan davon, wenn einer mir was erzählt, wo ich etwas aus dieser Geschichte nehmen kann, oder wenn er das Rap-Technisch so macht, dass ich beeindruckt bin, so, ne. Es gibt ja auch noch, es gibt ja auch viel dazwischen, es gibt ja auch eine Mischung aus dem allem, aber, ähm, ich bin für mich, also, ich bin so selbstbewusst, dass ich sage, das ist cool, dass sie ihren Erfolg haben und Dings, aber das, ähm, das schmälert für mich nicht das, wo ich mich selber sehe, so, ne. Ich habe da, ich habe jetzt, über 20 Jahre lebe ich davon, ich lebe gut davon, ich habe all meine Ziele, die ich mir gesteckt habe, konnte ich mir verwirklichen, so, ne. Ich, äh, so, meine Familie und ich, wir leben ein Leben so, wie wir uns das gewünscht haben, und, ähm, es gibt jetzt nichts, was mir fehlt, so, als dass ich sagen könnte, oh, ich bin jetzt voll verbittert, ich habe jetzt einen Grund abgefuckt zu sein, nein, im Gegenteil, es ist sogar so, dass eigentlich mit jedem Jahr, was dazukommt, und mit jedem neuen Erfolg ist es eigentlich so, dass ich immer dankbarer werde, so, ne. Also jetzt zum Beispiel der letzte Song bei mir, dieser Deine Mutter, der ist, äh, der ist auf einmal so durch die Decke gegangen, so, das ist jetzt, äh, das ist jetzt eine Gold-Single, das Ding ist Gold gegangen, ähm, ich habe so viele Streams wie andere, die, 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 die viel jünger sind und viel neuer sind, so, ne, und das Ding geht steil und ich spiele das Ding, das Ding läuft im Radio, also, wenn ich jetzt noch unzufrieden wäre, dann wäre ich einfach auch noch ein undankbarer Bastard, so, ne, deswegen. Sag ich so, Dicker, ich will wirklich gar nicht anfangen, überhaupt verbittert und abgefuckt und undankbar zu sein, sondern, dass alles wirklich dem, dem Ganzen irgendwie positiv gegenüberstehen. Nice. Nice, ne, ne ähnliche Quintessenz hatte P.A. Sports, mit dem habe ich mich ja auch so zusammengesetzt, der hat das auch so erzählt, dass er eigentlich ja komplett der undankbare Bastard wäre, wenn er sich jetzt hier hinsetzen würde und sagen würde, ey, ohne euch jetzt da groß vergleichen zu wollen, ist mir nur gerade eingefallen, dass ihr die gleiche Quintessenz habt. Ne, P.A. ist doch super, kann sich gerne mit ihm vergleichen, das ist auch ein Freund von mir. Ja, schöne Grüße an P.A. Nice, ja, grüß dich doch mal, Digga, mega cool, der Typ kam auch. Auch ein Killer-Lyriker und ein unglaublicher Rapper, wir waren schon ein paar Mal zusammen im Studio und ich habe wirklich selten einen besseren Freestyler als ihn gehört, so, ich habe live to live, also ich würde schon sagen, P.A. ist für mich Freestyle-technisch, gehört der mit zu den Stärksten, die ich gehört habe auf jeden Fall. Und der schreibt, der kann so viel schreiben und so schnell schreiben, der hat auf jedes Wort einen Reimen, so, weißt du, wenn du jetzt sagst, weißt du, Tischplatte, dann sagt er dir sofort zehn Reime auf Tischplatte. Fischkacke. Ja, genau, aber so halt, ne, also er ist auf jeden Fall auch definitiver MC, so, P.A., guter Mann. Nice, das freut mich. Wenn du jetzt so zurückblickst, es gibt ja immer Rückschläge, Highlights, Ups and Downs, Berg- und Talfaden, so, ne. Für mich ist es auch mega interessant, das ist natürlich die Thematik, was wahrscheinlich jeder dich irgendwie mal fragt, so, ne. Ich war bis zu einem gewissen Track namens Das Urteil, Echo Freezy-Fan. Ich dachte, Echo Fresh, nice, Alter. Jede Wette, ihr Hungs, habt Angst, mich zu betteln, blieb, blab, blub, diese Dinge, fand ich mega nice, oder? Ich hatte auch Angst, mich zu betteln, genau. Verstehe ich, ich hätte auch, ja, fand ich mega nice alles, auch Optik-Takeover, das Intro mit Valeska da in diesen Zwischen-Vocals, oder. Nicht Optik-Takeover, Optik-Takeover kam später, Optik-Anthem. Ja, Mann, genau, genau, ja. Wir gehen an den Start, gründen unser eigenes Label, irgendwie so, über nice, mit auch so einem Beat, ohne Spaß. Das ist für mich, so Mucke rührt mich, wie wenn andere... Das war der erste Song, ja, ja, Optik-Mixtape, Volume 1, glaube ich, war das. Ja, das war ziemlich geil, das habe ich auch sehr gemocht, das war von einem Computerspiel, hat Valeska-Sampelt. Den Song mag ich sehr, den werde ich nochmal rauskramen, Alter, den muss ich mir nochmal anhören. Ja, du vergisst mich. Ja, gut, dass du mich drauf gebracht hast, der war super, wirklich. Der war mega nice, und jedenfalls hab ich es... Ihr beide, ich meine, du hast Echo so... Ohne dich hätte ich wahrscheinlich Echo nie so krass gefunden, aber ich fand ihn dann halt auch mega krass, oder? Und irgendwann ging es dann so los, oder ich hab's gar nicht so... weiß ich gar nicht mehr so genau, ne? Und dann kam halt der Distract, dann kam die Abrechnung und das Urteil, ich weiß gar nicht, was zuerst kam. Erst kam seiner, erst kam Abrechnung. Wo er dir sagt, dass du schon fast 30 bist. Genau. Und dann kam das Urteil. Würdest du mir ein bisschen was darüber, oder uns darüber erzählen, wie es aus deinem... Oder sagst du, der Frage blickt zur Frau? Nee, ich guck, was sie macht, sie hängt am Telefon. Nee, hab ich ja auch schon relativ oft, du musst mich schon spezifischer fragen, ich hab so viel schon auch da drüber damals... Ja, wie ging's los? Wo hast du gemerkt, Echo ist eine Snitch oder macht Fake Moves oder... Du, jetzt, im Nachhinein betrachtet, würde ich die Sachen auch gar nicht mehr so ausdrücken, würde das gar nicht so sagen. Aber ich sehe auch im Nachhinein, wie viel wir beide auch falsch gemacht haben. Und ich glaube, an erster Stelle steht, dass wir irgendwann nicht mehr vernünftig miteinander kommuniziert haben. Und wenn du nicht mehr kommunizierst, dann kriegst du kein direktes Feedback von der Person, sondern du fängst dir an, vorzustellen, warum... Also du rechnest dir aus, warum die Person das so macht. Komplexe? Ja, du sagst dir dann zum Beispiel, also in unserem Fall war es dann so, dass ich dachte, ey, der hat jetzt so, der hat einen Höhlenflug. Aber ich weiß nicht, ob das so war. Dann habe ich mir gedacht, ja, der will jetzt sein eigenes Ding machen und vergisst jetzt alles, was ich für ihn getan habe. Der geht jetzt, um irgendwie irgendwo sich mehr Kohle abzuholen und scheißt dafür auf unsere Vision und auf das Ding, was wir irgendwie aufgebaut haben. Das hat mich gekränkt, das hat mich verletzt, aber unterm Strich war es so, wir hätten einfach viel früher miteinander kommunizieren müssen. Und vielleicht gab es auch von seiner Seite mir gegenüber Sachen, die er nicht cool fand. Also zum Beispiel, ich habe lange Zeit das verpasst, ein Labelchef in dem Sinne zu sein. Und ein Labelchef muss oftmals die Künstler an die Hand nehmen und muss sagen, du pass auf, so und so machen wir das. Das ist eine ganz klare Regel, das und das geht, das und das geht nicht, weil viele Leute brauchen das, dass man denen genau sagt, wie sie arbeiten müssen, um das vernünftig zu machen. Weil es kann einfach oft vorkommen, oder das habe ich auch schon erlebt, selbst mit Leuten, die man dann mag, wenn man das nicht richtig bespricht und sich da nicht richtig austauscht, dass dann jeder irgendwie denkt, oh, ich mache das ja schon richtig und dann ist aber der andere enttäuscht, aber man hat nie darüber gequatscht. Also da entsteht so viel Scheiße im Kopf, so, ne? Und ja, das ist damals halt blöd gelaufen, das ist unglücklich gelaufen und so. Aber was ist unglücklich gelaufen? Ich meine, wegen irgendwie... Du, da war einfach viel. Wir waren beide bei einem Label, so, ne? Und ich habe ihm damals den Deal besorgt und ich hatte für mich persönlich, ich hatte eine Vision davon, wie wir dieses Label aufbauen. Und ich habe mich da auch tatsächlich an Sachen orientiert, die auch in Amerika funktioniert haben. Zum Beispiel, dass man nur Vetternwirtschaft macht, so, ne? Heute ist es natürlich ganz anders und ich arbeite heute auch anders, so. Ich habe mich auch an einen anderen Arbeitsstil gewöhnt. Aber für mich war es so, wir haben einen Produzenten im Haus oder Produzentin, Mel macht die Beats. Wir haben eine Sängerin, wir haben einen Rapper, noch einen Rapper und wir haben einen DJ. In dieser Konstellation machen wir alles. Wir machen unser Live-Business zusammen, wir machen unsere Platten zusammen. Das ist eigentlich, ist das ein Konzept, mit dem du eigentlich nur gewinnen kannst. Weil wenn es dann mal läuft, ist es ja so ein kleiner Kreis. Jeder zieht jeden mit. Das bedeutet, für jeder ist immer abgesichert, weil man sichert sich gegenseitig ab. Das heißt, wenn ich eine Show habe, nehme ich zum Beispiel dann Echo als Backup so. Er verdient Geld in dem Moment. Wenn er einen Song macht, der vielleicht ein Hit wird und ich bin da drauf, hat er sozusagen mich wieder mitgezogen. Wenn er einen Song macht und den Beat von Mel nimmt, dann verdient sie an der GEMA. Und immer so hin und her. Also man pusht sich gegenseitig und hilft sich gegenseitig. So wie der Wu-Tang Clan das damals gemacht hat, so wie Rocket Feather das gemacht hat. Das macht einen natürlich sehr, sehr stark und kräftig. Und du siehst es ja oft, wenn so Gruppierungen oder Labels, wenn die dann sich trennen oder auseinanderbrechen, auf einmal werden alle erfolglos. Oder nur einer bleibt erfolgreich. Und dann sagst du dir, was ist denn jetzt los? Das war doch eigentlich. Und es war ja auch so. Wir sind ja dann alle in ein Loch gefallen. Echo hatte dann einmal noch diese große Single, dieses Ich bin jung und brauche das Geld. Und danach hat es ja auch nicht mehr bei ihm so gut funktioniert. Mein tot oder lebendig war ja auch, ich weißt du, ich musste mich ja auch zurückgrinden. Urteil war natürlich ein Riesenerfolg, aber im Großen und Ganzen, wir sind alle nicht mehr auf dem Level gewesen, wo wir zu besten Tagzeiten waren, weißt du, wo das ein festes Team war. Und du, unterm Strich, es war einfach da menschliche Enttäuschung so. Ich habe mir das anders vorgestellt, ich habe das anders erwartet. Für mich war es so, ey Dicker, ich habe dich in Mönchengladbach rappen gehört, habe dich unter meine Fittiche genommen, ich habe deine ersten Songs mit dir zusammengeschrieben, ich habe die Beats ausgesucht, wir haben alles gemeinsam gemacht so und jetzt in dem Moment, wo ich mal dich um etwas bitte oder wo wir darüber sprechen, zum Beispiel gewisse Features nicht zu machen oder gewisse Songs nicht zu veröffentlichen, davor hast du immer auf mich gehört und du bist gut damit gefahren, du bist damit sehr erfolgreich geworden und jetzt sagst du so, nee, jetzt kann ich nicht mehr auf dich hören, weil jetzt, so, da war ja noch nicht mal das Album raus, jetzt will ich mein Album rausbringen, jetzt bist du raus aus dem Spiel, so, weißt du, ich brauche dich nicht mehr, ich brauche deine Expertise nicht mehr und das ganze Konzept wird aufgebrochen. Insofern war das einfach so auf beiden Seiten verletzte Gefühle und für ihn war das ja auch bestimmt nicht einfach, von dem Typen, mit dem er auch ein brüderliches Verhältnis hatte, wir haben ja auch in Berlin uns einfach, weißt du, wir haben ja viel Zeit miteinander verbringt, wir waren immer on Tour zusammen. Also wart ihr so richtig tight? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Für mich war er definitiv wie ein kleiner Bruder, ich habe ihn auf jede Tour, jede Veranstaltung überall hin mitgenommen. Also wenn ich musikalisch was gemacht habe, war Echo immer mit dabei, es gab, glaube ich, keinen einzigen Moment, wo ich alleine im Studio war, der war immer neben mir, ich habe alles, was ich ihm vermitteln konnte über Musik, habe ich ihm alles mitgegeben. Also wir haben, seine erste EP haben wir bei mir zu Hause im Schlafzimmer aufgenommen. Das heißt, also ich habe von meiner Seite, ich würde nie wieder so einen Aufriss für einen Künstler machen, also das ist schon, das war auch schon zu viel, das war schon zu viel Nähe, aber wir waren so wie Pech und Schwefel. Und darum war das für uns beide schwierig und darum, diese Songs waren auch schwierig, das hat uns beiden auch nicht gut getan mental. Er hat einen Shitstorm von meinen Fans abbekommen, ich habe so viel negative Energie durch seine Musik abbekommen, das war, glaube ich, nicht gut, Alter. War das abzusehen? Wusstest du, dass der einen Track gegen dich kickt? Ich habe davon gehört, ja, und das Kranke war halt, ich habe das gehört von meinem A&R, der uns gesigned hat. Da ist ein Typ, der hat uns gesigned, zu dem habe ich damals gesagt, Dicker, ich unterschreibe diesen Vertrag nur, wenn Mel und Valeska einen Deal kriegen und wenn Echo einen Deal bekommt. Und der gleiche Typ hat mich angerufen und gesagt, übrigens, wir drehen bald ein Video zu einem Song, der gegen dich ist. Also eine vollkommen kranke Situation. Also es ist so, als ob innerhalb der Familie auf einmal dein Vater zu dir kommt und sagt, ey, dein Bruder und du, ihr werdet euch heute Nachmittag draußen auf Fußball was treffen und ihr werdet euch die Köpfe einschlagen. Also vollkommen irrsinnig, absurd. Etwas, was man niemals machen würde, was auch eigentlich entgegen jeglichen Anstand ist und jeglicher Moral ist. Ja, aber warum hat denn der Typ das gemacht? Wegen Farah oder was? Nein, ich habe zu ihm gesagt, ey, bitte rede mit ihm so, lass uns das nicht machen. Weil ich habe gesagt, wenn ihr mich in diese Position bringt, sodass ihr mich angreift, dann muss ich definitiv auch einen Song machen. Und ich werde das 100% machen, weil ich werde die Sachen nicht irgendwie unkommentiert lassen. Bis jetzt war es so, wir haben uns getrennt, ist okay. Und natürlich gab es vielleicht mal hier und da, ich wäre auch damit cool gewesen, mal einen Seitenheb abzukriegen. Oder dass er sagt, ich bin jetzt mein eigener Herr, ich brauche keinen mehr, der mir irgendwas sagt oder so. Damit wäre ich cool gewesen. Das wäre für mich nie ein Grund gewesen, zu sagen, ey, ich mache jetzt irgendwie einen 6-Minuten-Song, wo ich ihn komplett auseinandernehme und die ganze Story erzähle. Aber es war irgendwie dann nicht mehr aufzuhalten. Also in der Tat, es gab dann einfach ein paar Gespräche, nicht nur mit dem A&R bei dem Label, sondern auch, ich will gar nicht so genau werden, aber auch auf familiärer Basis, wo ich dann wirklich auch versucht habe, noch so letzte Handbremse, wo ich gesagt habe, ey, bitte rede mit ihm. Weil wenn wir das machen, dann ist es einfach, das endet immer hässlich. Wir hatten ja davor schon bei René, das war ja ein Mini-Beef, haben wir schon gesehen, was das für Wellen geschlagen hat. Stimmt, jetzt wo du es sagst, Alter. Und René hat ja, sorry, keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen dann so. Und ich wusste, es wird entweder für ihn scheiße oder für mich scheiße. Also einer von uns beiden wird darunter leiden. Oder sogar beide. Naja, ich glaube nicht, also ich glaube, dass er deutlich mehr darunter gelitten hat. Ich meine, für viele ist es auch der... Weil das ist halt einfach so, mit einer der legendärsten Disstrack, oder wenn nicht sogar... Für mich ist es der legendärste Disstrack der kompletten Deutschrap-Geschichte. Das auf jeden Fall. Das war zu krass einfach. Und auch da wäre es mega, mega interessant für mich, wenn du mich so ein bisschen mit in dieses Gefühl mit reinnimmst. Also da schreibt auf einmal dein kleiner Bruder, dein Schütfling, den du alles getan hast, emotionale Bindung zu dem hattest, den du mit in einen Deal reingenommen hast. Und der haut dann auf einmal, obwohl du es nur versucht hast, zu verhindern, einen Disstrack gegen dich raus. Was ging, kannst du dich da... Ich will dich jetzt nicht emotional flashbacken oder so, aber... Nein, alles, hieß die Digger. Nicht, dass du die Quatschen zusammenkriegst. Nein, 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 alles cool. Man ist schon, das ist natürlich, da muss man sehr, sehr einen kühlen Kopf bewahren, weil man wird schon auch wütend. Also ich war auch wütend natürlich, sauer, enttäuscht. Traurig bestimmt auch, oder? An dem Punkt schon nicht mehr traurig, weil das war schon so, da war ich schon so, dass ich dachte, ey, das ist gut, dass wir getrennte Wege gehen. Da bin ich gerade nach Heidelberg gezogen. Ich hatte eh auch ein neues Leben irgendwie so. Mein Kopf war frei irgendwie von dem ganzen negativen Scheiß, der dann auch in Berlin war. Das ganze Gelaber, Kopfgeficke und irgendwie so war das cool für mich, einfach meinen Kopf frei zu kriegen. Und insofern war ich dann eigentlich echt eher so wütend, dass ich so dachte, ey, ganz ehrlich, da sind auch Sprüche drin, so weißt du, wegen Groupies sonst nichts. Hast du unser Leben gefickt, so weißt du, und unsere Freundschaft gefickt oder was hat er gesagt. Aber das hat mich einfach so geärgert, dieses Anfang 30, das war ja, dicker, wäre der Song so gewesen, dass ich gesagt hätte, da ist wirklich nichts, was jetzt auf dem persönlichen, privaten Level unangenehm ist oder eklig ist, dann hätte ich das vielleicht auch versucht, spaßig zu kontern. Und dadurch, dass ich aber schon auch ein bisschen wütend war oder sauer, habe ich dann mich erstmal hingesetzt, habe einfach Sachen geschrieben. Erstmal eine Menge beleidigende Sachen. Ein Brainstorm-mäßige. Ja, hatte dann irgendwie 64 Bars und habe mir das durchgelesen und dachte, ey, das bist ja auch nicht du, weißt du, jetzt irgendwelche, also wo es dann um Sachen geht, wo es dann um Drogen geht, wo es dann irgendwie Sachen geht, wo man sich sagt, ey, gut, du weißt das ein oder andere über eine Person, aber wenn du das jetzt sagst, dann, und selbst wenn er über dich was Dummes gesagt hat, machst du dich selber zum Arschloch damit so, ne? Also, ich bin froh, dass ich diesen ersten Song, den ich geschrieben habe, in der Form niemals rausgebracht habe und ich dann ein paar Tage, also ich habe das wirklich so ein, zwei Tage sacken lassen, habe dann mir so die Wut von der Seele geschrieben und dann habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich machen möchte, was ich auch noch anständig finde, ist, einen Song zu machen, wo keine Beleidigung vorkommt. Und am Ende, sage ich ehrlich, habe ich diese Lutsche, meinen Schwanz eingebaut, aber es war auch nochmal ein Ding zurück auf mein erstes Release im Deutschrap-Ding, so, ne? Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt so am Ende ein kleiner, ein kleines asoziales Ding, so, aber unter dem Strich habe ich gesagt, für mich ist es wichtig, einen Song zu schreiben, wo ich irgendwie aus meiner Sicht schildere, wie alles gewesen ist, weil ich dachte mir, im Prinzip braucht es nichts anderes, als ehrlich zu sagen, was war, um zu verstehen, woher diese Diskrepanzen, woher dieser Streit, woher diese Abneigung kommt. Und ja, ich bin froh darüber, dass ich es dabei belassen habe, so, ne? Wir haben ja auch dann, wir haben dann auch mal telefoniert, so, ne? Das wäre mal eine nächste Frage gewesen. Nach euren beiden Disses habt ihr... Ja, aber schon auch auf abgefuckt, so, ne? Und dann, weil ich dann auch angekündigt habe, ich werde Untergang rausbringen, so, ne? Aber Urteil war halt auch schon ein herber Schlag, so. Wie, was, 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 wie du bist? Untergang wäre der Song, den ich als erstes gestimmt habe. Hat er den gehört, Echo? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal a cappella gerappt, so im Wahn auf der Optik-Take-Over-Tour, aber nie veröffentlicht. Und es gibt da, da waren ja auch viele Teile vom Song, die die nie, die ich noch nicht mal a cappella gebracht habe, die einfach so, wo man auch sagt, ey, das ist so unter der Gürtellinie. Und das sind einfach, es gibt, ich finde bei jedem Battle, und das ist das Problem, deswegen würde ich auch mich auf ein Deutschrap-Battle nicht mehr einlassen, weil ich finde, so, entweder man macht das sportlich oder man sagt sich, man beleidigt sich gegenseitig. Sich nur gegenseitig zu beleidigen, das ist für mich, hat für mich mit Rap gar nichts zu tun, so, ne? Rap kann beleidigend sein, aber eine reine Beleidigung ist nicht Rap, so sehe ich das einfach. Und da sind einfach Sachen, ich finde, private Infos, wenn du mir jetzt was erzählst, so, ne, ich kenne deine familiäre Geschichte nicht, aber wenn du mir jetzt erzählst, ey, ich greife jetzt irgendwas aus der Luft, ne, mein Vater hat meine Mutter immer geschlagen und erzählst mir das als Freund. Und ich gehe los und erzähle das dann in einem Song, dann bin ich doch der größte Hund, den es gibt, Alter. Das ist eine Schweinerei, also sowas macht man nicht, so, ne? Und, ähm, ja, und da gibt es Sachen, es gibt Themen, so, ne, die sind alles, was mit Missbrauch und Drogen und einfach die persönlichen Sachen, so. Ich finde, ich würde das nicht machen, also ich würde das auch nicht wollen, dass jemand über mich so schmutzige Wäsche wäscht und ich würde keine schmutzige Wäsche bei jemand anderem waschen und, ähm, keine Ahnung. Wie ist euer Standing Hotel gegen die Welt? Ey, wir haben gar kein Problem miteinander, ich wünsche ihm wirklich vom Herzen alles Gute und ich habe ihm gratuliert, als sein Sohn zur Welt gekommen ist und, ähm, wirklich, ich muss auch sagen, ich habe mich auch für ihn gefreut, als ich gesehen habe, er hat sich zurück ins Business gekämpft, so, ne, und der, der fährt eine ganz andere Schiene, so, aber ich finde das völlig okay, so, ich habe, letztens haben wir zum Beispiel Frühstücksfernsehen geguckt, auf einmal, dann haben wir Echo im Frühstücksfernsehen gesehen, ne? Es ist auch witzig, weil ich sitze dann zu Hause in Berlin und sehe dann den Jungen, den ich in Mönchengladbach kennengelernt habe, im Frühstücksfernsehen und der spricht da über Integration und so und, also, ähm, das, und das sage ich ohne, ohne Hohn, ohne Sport, sondern wirklich einfach, dass ich mir denke, ja, der hat für sich einen Weg gefunden, hat seinen Weg gemacht und, äh, der lebt sein Leben und der hat eine Familie und ich wünsche ihm alles Gute. Also, das ist das Wichtigste, dass er happy und glücklich ist. Krass, ich finde es so nice, dass du sowas sagst, weil, 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 so viele denken ja daraus, Rap ist anders so, dass man immer verfeindet sein muss, mit dem man immer Battles gehabt hat und blablibla, da gibt's nur Krieg, Beef und so und das ist eigentlich die wahre Größe, die du gerade an den Tag legst, dass du das so sagst, von wegen so, ey, wünschst du ihm alles Gute, das würde nicht jeder sagen. Ja, was hätte ich denn davon, wenn ich jetzt sehen würde, der, der geht wieder aufs Arbeitsamt oder muss, muss, äh, für Geld battlen an der U-Bahn-Station, also. Naja, vielleicht würdest du denken, siehst du, das hast du jetzt davon. Ja, aber es macht ja mein Leben nicht besser so, ne, das ist, in dem Moment, das ist dann Hohn und Sport und man kann dann, man kann dann darüber ein bisschen lachen für sich, weil es so ein Schadenfroh sein, aber unterm Strich verändert das mein Leben in einem, in einem positiven Sinne, nee, eigentlich gar nicht. Du hast gerade gesagt, ähm, du würdest dich auf kein Battle mehr einlassen, ne, so in der Rap-Szene. Ja, auf so einen Blödsinn auf jeden Fall nicht. Mit einem echten MC, ja, mit einem, mit einem, mit einem Semi-Deluxe, ja, mit einem, mit einem CR7, mit einem Oldi-Banio, abgesehen davon, dass das Freunde von mir sind, aber da wüsste ich, das, 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 das sind Ehrenmänner so, ne, also da würde kein Spruch über, über Familie, also ich finde Mutter, Frau, Kind, diese ganzen Sachen, Vater, Bruder, Schwester, das, das ist tabu, man redet darüber nicht so, ne. Also, wenn ich jetzt erfahre, deine, deine Schwester ist eine Drogensüchtige und die raucht Crack irgendwie auf dem Bahnhof, so, ne, dann ist das das Letzte, was ich über dich in einem Battle erwähnen möchte, so, ne. Hört euch das an, das ist genau das, was, ich mach ja viele Reactions und so, ne, auch in einem Battle JBB und weiß nicht, ob du das kennst, so, bla, ne. Und da gibt's halt so, Spongebob beispielsweise, ne, der dann auch viel an den Haaren herbeizieht, Geschichten erfindet oder so, ne. Das ist nochmal was anderes, wenn man, wenn man, wenn's erfunden ist, dann hat das nochmal eine andere Dings, so, dann kann man auch sagen, ey, das ist, das ist Fiktion und das ist wie ein Comic. Das ist nicht cool, das ist dann vielleicht nicht für den Gegner nicht geil und das ist, kann auch verletzend sein, aber unterm Strich ist es dann ja eine Lüge, das bedeutet, du hast einen ja nicht zu befürchten, aber ich finde halt keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel auch in Amerika gibt's Battles, wo die Leute sagen so, ey, ich fick deine kleine Tochter oder, oder so, weißt du, oder ich mach dies und das mit deinen Kindern. Sorry, das ist, kein Vater auf der Welt möchte sich so einen Blödsinn anhören, so, ne, wo es, wo es um die Kinder geht oder um die eigene Frau geht oder sowas, es ist einfach. Also gibt's Grenzen für dich? Natürlich, gibt's doch für jeden Menschen. Jeder Mensch hat Grenzen. Ey, geil, die gehen alle gegen mich, weil die sagen, Jiggy Moral Apostel und so, bla, bla, bla. Nein, jeder Mensch hat Grenzen. Aber ich sag auch, es gibt definitiv Grenzen, auch so Krebszeilen oder so, wenn's um die Gesundheit Menschen geht und... Jeder hat eine eigene Grenze. Sind ich... Das bedeutet, der eine ist zum Beispiel streng religiös. Ich hab Freunde von mir, die sind ganz, ganz stark religiöse Menschen. Ich kann mit denen, also ich würde neben denen jetzt nichts sagen, wo ich sage, das bringt die in einen moralischen Konflikt, so, ne. Mit denen setze ich mich nicht hin und rede jetzt über Ficken den ganzen Tag oder so, weil ich sage, ey, der will das gar nicht hören. Der versucht, ein Leben zu leben, was asketisch ist. Der versucht, ganz sauber zu sein und ein ganz, ganz entspannter, ruhiger Typ, so, ne. Ich kann denen jetzt nicht voll labern mit so einem Blödsinn, so, ne. Dann hast du Leute, denen ist Familie das Heiligste. Da kannst du nicht, weißt du, da kannst du nicht so einen Quatsch machen, so, ne. Und da kannst du nicht irgendwie aus Spaß so einen Blödsinn sagen, so, ne. Also es will ja auch keiner, einfach, dass man... Also ich glaube, jeder Mensch hat Grenzen. Egal, was die Leute sagen. Egal, ob die sagen, es darf keine Grenzen geben. Das ist voll der Unsinn, Alter. Jeder Mensch hat Grenzen und der eine stellt die klar, indem er sagt, ey, in dem Moment, wo die Grenze überschritten wird, mach ich eine Anzeige. Der nächste sagt, ich hau den kaputt. Der dritte dreht durch und geht und erschießt jemanden, so, ne. Und der vierte stürzt in eine Depression und nimmt sich das Leben, so, ne. Also man kann jeden Menschen kaputt machen. Es gibt keinen Menschen da draußen, der nicht zu zerstören ist, ob auf physische oder psychische Art und Weise. Und deswegen, für mich ist das immer noch Musik. Und selbst wenn unser Leben da einfließt und so weiter. Aber ich für meinen Teil, ich habe jetzt kein Interesse daran, einem das Leben zur Hölle zu machen. Nice. Finde ich nice. Ich hatte, worauf ich eigentlich gerade noch hinaus wollte, als, ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Scheiß Nummer 1 und King of Rap-Ding, Alter. Aber, ey, das spreche ich einfach aus meiner Sicht. Du bist für mich so Nummer 1, King of Rap gewesen, bist es immer noch. Und dann kam irgendwann Kollegah, ne. Und ich sagte ganz ehrlich, Kollegah, ich dachte mir nur, ah, boh. Zu Welt der Tape 1, das war für mich so, für mich war das kein Mensch. Das war für mich so, allein wie der, die Reime, perfekte Substantivreime, perfekte Pointe gesetzt. Alles perfekt so, ne, Wortspiele drin, hoch eloquent. Und das war für mich einfach zu krass, ne. Und Kollegah war ja auch immer auch mit seinem Titel Boss der Bosse und bla bla, wo man schon so dachte, geht's vielleicht in Richtung von Azad so ein bisschen, dann er ist der King of Rap, bla 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 bla. Und ich für meinen Teil als Hörer hatte schon das Gefühl, dass du bei Tracks, beispielsweise wie Matrix, ihm schon so, jetzt kein Diss gegen Kollegah, sondern nur mal so zeigst, ey, Kleiner, ich hol dich raus aus der echten Welt so, pass mal auf. Für mich hat sich das schon so angefühlt, als sind das schon Zeilen in Richtung Kollegah auf jeden Fall von dir. Ja, die Leute haben sich ja auch lange Zeit dieses Battle irgendwie gewünscht, ne. Zu mir sind auch Leute gekommen und haben gesagt, warum sagst du jetzt nicht explizit was, warum sagst du nicht seinen Namen und so weiter. Aber ich habe auch gesagt für meinen Teil, also er ist nie ekelhaft geworden, so, ne. Er hat jetzt nie sowas widerwärtig Beleidigendes gesagt oder so und es war irgendwie immer sportlich. Und ich finde auch, wenn ein Rapper rauskommt und sich als MC sieht und als die Nummer 1 sieht, dann hat er auch das Recht, das zu sagen, so. Und dann hat er auch das Recht, sich an der Person, die sonst die Nummer 1 war, irgendwie auch an der zu messen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich will gegen den Champion antreten, so, ne. Und es wäre ja zum Beispiel, weil auch ein Sammy, so, weißt du, ich habe mich ja auch damals auch so hier und da auch mal einen Seitenhieb oder so, auch nicht so auf wild, aber auch auf zeigen, so, ey, die Leute sagen, Sammy ist der Beste, ich bin der Beste, so, ne. Und Kolle ist gekommen und sagt, die Leute sagen, Savas ist der Beste, ich bin der Beste. Und danach kommt wieder jemand, der dann sagt, die Leute sagen, Kolle ist der Beste, ich bin der Beste. Also, ich finde, fand das immer eher eigentlich fast schon gut, also so auch. Ja, weil es pusht, oder? Ne, ich habe das nicht als so extrem negativ aufgefasst. Es gab wirklich ein einziges Ding, wo ich dachte, oh, das war uncool, da hat er seine Stimme verstellt und hat als ich meinen Veranstalter angerufen und gesagt, er möchte da nicht auftreten, so. Da dachte ich, oh, das ist so, das geht so ein bisschen, ne, das ist uncool, weil das grätscht so ein bisschen in mein Business rein, weil wenn der Veranstalter jetzt mich vom Line-Up nimmt oder sagt, okay, also so, weißt du, oder jetzt da so eine komische Situation daraus entsteht, dass dann auf einmal einer sagt, so, ey, ich habe gehört, der tritt jetzt nicht auf, das fickt dann ja das Business. Ansonsten, weißt du, also diese Supermarkt-Kassierer-Line und so weiter, ey, ist so. Mega nice. Also ganz ehrlich so, ne, ich finde es viel schlimmer, von einem Wacken-Typen gedisst zu werden, als von einem, der was Geiles sagt, so, ne. Aber die Zeile ist auch, die muss, ey, was sagt er? Ja, die hat viele Superzeilen, ey. Jetzt will cool Savasch ein Feature und das nur, weil er die Nummer 1 kennt. Ja, um zu, ich glaube, um zu sagen, dass er die Nummer 1 kennt wie Supermarkt-Kassierer. Ja, das ist halt. Also das ist ja in jeder Hinsicht, das ist ein guter Vergleich und es ist auch, rein technisch ist es gut, so, ne, und davon hat ja Kolle ganz viele Sachen, so, ne, also, dass der Typ Wortspiele kann und dass der krasse Sachen sagen kann, das steht ja völlig außer Frage und hast ja auch gesehen, als wir uns dann irgendwann beim Battle dann da getroffen haben, hat Judges, ey, Dicker, da war alles cool, so, das war alles auf dem respektvollen Dings, so, ne, weil wir eben nicht so weit gegangen sind, dass wir angefangen haben, übereinander so Blödsinn zu erzählen, so, ne, und hätte er über mich so einen Quatsch erzählt, so, hätte ich mindestens eine, wirklich, also er hätte mindestens eine Entschuldigung eingefordert, so, ne, ansonsten hätte ich gesagt, ich kann mich noch nicht mit jemandem versöhnen oder mit jemandem die Hand geben, so, ne, der irgendwie ganz extrem beleidigende Sachen getan hat mir gegenüber. Also, wenn du ja oder nein sagen müsstest, ne, hast du beim Matrix Lyrics, hast du ein bisschen an denen gedacht, an Kollegah, ging da, ging da in deinem Kopf? Kann sein, ja, aber es war auch auf alle, alle anderen MCs oder Rapper, die mir ans Bein pissen wollten, auch genauso bezogen. Im Prinzip habe ich an alle gedacht, die, die, die mir erzählen wollten, nach Aura, nach meinem ersten Goldalbum, ich war irgendwie auf der Spitze meines Erfolgs, die mir erzählen wollten, dass ich, dass ich irgendwie zu alt wäre fürs Game oder irgendwas, so, und das war ganz gut, so, ne, dann kam, dann kam Matrix, Märtyrer ist auf die Eins gegangen, Gold gegangen, dann hat es weiterhin geknallt, also, es ist natürlich auch gut für mich als MC, mich auch immer wieder zu beweisen, auch den anderen zu beweisen, dass, dass, dass es nicht funktioniert. Äh, Favorite, äh, Favorite, sag ich, äh, Kollegah, hängt ja viel mit Favorite rum jetzt wieder, ne, und Faith. Viel weiß ich nicht, ich habe ja, ja, wir haben ein Ding gemacht, früher viel, jetzt ein Ding zusammen gemacht, und du hast ein Feature mit Faith, wunderschöner Tag, wie war das so, die Session mit denen? Ja, ich bereue das natürlich, dass ich das gemacht habe, ne, also, wenn, das ist eine Sache, wenn ich die zurückziehen könnte, würde ich das sofort machen, also, ähm, ich habe den ja nie wieder gesehen, wenn ich könnte, ich würde mich gerne mal mit ihm hinsetzen und ihn fragen, ob er das ernst meint, dass er 2019, während die AfD aktiv ist und so, dass, dass er mich Dreckskanake nennt und, und, äh, irgendwie versucht, mit rassistischen Äußerungen mich zu diskreditieren, und, äh, also, Faith saß immer im Turbus mir gegenüber mit Elvie und hat gesagt, ey, du bist mein größtes Vorbild, du bist, du bist für mich der größte Rapper aller Zeiten, ich möchte einfach dieses Feature mit dir machen, so, also, in dem Ton, der, der war auch ein straighter Typ, der hat gesagt, ey, ich liebe dich, ich bin mit dir aufgewachsen, äh, ich hab dir damals meine, Favorites, Karriere fing so an, der hat bei meiner Show mir eine Kassette auf die Bühne geworfen, Lucky hat die Kassette mitgenommen, hat die, ähm, Flipster gezeigt und Flipster hat's Elvie gezeigt und so ist Favorite zu Selfmade gekommen, so nicht anders, dieser Typ, der, der mich liebt, geht hin und nennt mich dann Dreckskanake und erzählt mir, weiß ich nicht, ich, ich wäre ein Crack-Junkie und nen Hurensohn oder was auch immer, du wirst gequält und bist du irgendwas, also, was soll das, das ist eine riesen Frechheit, Alter, also, es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, würde ich fast sagen, daher, ich bereue das extrem, also, äh, wer Favorite jemals mit mir nochmal sprechen wird, der muss sich auf jeden Fall bei mir entschuldigen, so, ne, ich finde das total inakzeptabel, das ist... Ja, aber wie kam's denn dazu? Du, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich kann's dir nicht beantworten, irgendwann hat mir dann einer von seinen Kumpels oder was das sein soll, mir dann auch geschrieben auf Insta und dann, dann hab ich auch gesagt, ich so, du, pass auf, ich erwarte von euch eine Entschuldigung für, für diese Frechheit, so, ne, und, ähm, ich bin erwachsener Mann, ich bin zehn Jahre älter als ihr, so, weißt du, das ist das Mindeste, so, ne, und, ähm, völlig auch ohne Druck, ne, ich hab nicht gesagt, ey, morgen reiten da irgendwie, irgendwie zehn Leute ein und nehmen euch auseinander, sondern ich hab gesagt, ey, auf einer menschlichen Basis erwarte ich eine Entschuldigung, ganz klar, so, ne, das ist, ihr seid da voll weit unter die Gürtellinie gegangen, da hat er gesagt, ja, dann lass uns doch einen Track machen, damit die sehen, wir sind wieder Kumpels, und ich hab gesagt, du, verarscht kannst jemand an, da hab ich den direkt geblockt, alter, also, das ist ja, das ist ja ein Witz, dann, die Leute greifen dich an und wollen dann irgendwas daraus noch für sich ziehen, so, ne, also, warum soll ich denn mit so einem Menschen nochmal einen Track machen? Also, bei Favorite, ich mein, ich kann das ja sagen, musst du ja jetzt nicht bejahen oder beneiden oder was auch immer, mach, was hab ich gesagt? Bejahen oder beneiden, aber ist ja auch scheißegal, ja. Vielen Dank, ich wurde von einem Türken korrigiert, also, ein Türke, der Türke, heutzutage, das gibt's ja nicht, war ein Spaß, ne, Favorite macht für mich mega gute Mucke, so, finde ich, ich finde aber, wenn ich ihn sehe, wirklich so, es gibt ja so Leute, bei denen merkst du so, die haben einen Knacks, ich weiß, du sagst, so vielen Leuten sagt man, ja, die haben einen Knacks, so, nachdem man so ein bisschen Depp, aber es gibt wirklich Leute, da merkst du so, die haben wirklich so einen Knacks, also, schwerwiegernden Knacks und ich, ich für mich sehe das, wenn ich Favorite Interviews sehe, habe ich so eh das Gefühl, der weiß sowieso nicht ganz genau, was er tut. Das kann ich nicht beurteilen, also, ja, könnte ich jetzt, ja, könnte ich jetzt, ab, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von, ich kenne ihn nicht privat. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber, komm, reiß mir ein Bein aus, doch, ich laufe weiter, tausend Füßler, ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose, da werd ich intolerant, auch ohne Laktose, lauf und ich kämpf, nutz den Schlieren in der Optik, und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopf fixen, wenn mir noch ein Rapper erzählt will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre, weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal, nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja, sie weiß ganz genau, dass sie heiß sind, sie trägt die Nikes, ja, 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 viele Leute haben auch gefragt, wie der Kontakt mit mir zustande kam. Über Eule, DJ Eule. Mega nicer Typ. Ja, Eule ist super, Alter, Eule CR7Z sind meine Jungs, wir sind auch jetzt auf Tour zusammen. Ja. Und Eule ist auch mein DJ. Mega nicer Typ, und ich hab mich gefragt, weißt du eigentlich noch, hab dir nicht ans Bein gepisst oder so, aber ich hab nen ziemlich ekelhaften Kommentar unter einem deiner Posten. Ehrlich? Ich wusste das nicht, nee, das war eigentlich gar nicht schlimm, also es war eigentlich gar nicht schlimm, es war so ein bisschen so nach dem Motto, ich will failen, indem ich dich disst. Achso, ja, das ist ja völlig okay. Habe ich ja gerade schon gesagt, es ist gut, sich an den Besten zu orientieren. Nee, weil du hast mal diese Ratte gepostet. Diese eine Ratte, die sich so mit Seife wäscht. Ja. Vielleicht weißt du dich jetzt noch dunkel und denkst jetzt bestimmt, du bist es, stehst da auf und gehst. Und ich hab irgendwie drunter geschrieben, ey, ich sag was, du als Vegetarier solltest dir vielleicht zweimal überlegen, was du hier bist. Ja, weil ich wusste das nicht, aber danke, dass du das gemacht hast, weil ich hab mir dann darüber Gedanken gemacht und dann hat jemand zu diesem Video geschrieben und das ausführlich erklärt, dass dieses Tier da sich nicht wäscht, weil es sich waschen möchte, weil es jetzt denkt, dass es ein Mensch geworden ist, sondern weil es versucht, das Zeug anzukriegen. Ja. Dann hab ich das auch direkt gelöscht und das wusste ich wirklich nicht, es tut mir leid, Alter, ich wollte da jetzt kein Ding, ich wollte mich bei der Ratte und bei allen Tierschützern auch wirklich entschuldigen, aber das wusste ich nicht. Das sah aber echt original auch so aus. Ich dachte, die wäscht sich. Ja, das sieht, aber die macht so richtig schön, so und so, gell. Ja, es ist mega asozial, aber wir wurden getäuscht, in das Licht geführt. Hast du schon mal, ich hab ja einen Post gemacht, weiß nicht, ob du gesehen hast auf Instagram, die ganzen Leute können fragen, schau mal, sorry im Vorweg, ich werd nicht alle Fragen hier stellen können. Ja, wir haben auch nicht so endlos viel Zeit, weißt du. Ich weiß, aber es kommen noch ein paar Fragen. Ja, dann frag mal. Zum Beispiel, hast du schon mal Mucke von mir gehört? Noch nicht, noch nicht. Gott, das ist voll die ekelhafte Frage, gell? Nein, ich hör sie mir an. Okay. Tschi, tschi, geh nach Haus. Hörst du dir wirklich mal an? Ja, ich hör sie mir an. Guck mal, das ist, ja, ja, sag mich nicht auf, ne, die Sache ist. Nein, wirklich. Guck mal, die Sache ist, ich will dir nicht auf den Sack gehen, ne? Ich komm auch schon zu mir, ich bin für viele auch schon ein größerer Rapper, so, die kommen zu mir, schicken mir Tracks. Und ich hab mir manchmal so, das merzt halt einfach so, ne? Und bei dir ist es halt noch hundertmal mehr, aber ich würd's auch bereuen, wenn ich den Schwingens mal angesprochen hab. Nein, ich hör's mir an. Nicht jetzt live, aber ich hör's mir an. Okay. JBB, sagt dir das was? Ja. Tschulis Rockbattle? Ja. Kennst du da ein paar Rapper? Nicht so viele, aber ein paar. Spongeboss ist ja daraus entstanden. Den gab's noch. Gio? Gio, mit dem war ich letztens auch. Aber das weiß ich, weil Spongeboss ihn da ja so hart auseinandergenommen hat. Da, ähm, den noch, keine Ahnung, Digga. Äh, der Asiate. Der ist ein guter Junge, den kenn ich. Digga, achso, der soll sich grüßen. Ja, schön. Du kannst zu Lumara und seiner Hochzeit kommen. Super, dankeschön für die Einladung. Ich gucke, ob ich's schaffe. Das sind liebe Leute, Alter, die mag ich. Ja? Das sind echt liebe Leute. Ja, ganz herzliche Menschen. Ähm, was auch noch wichtig ist, natürlich, was interessant ist, das Judging. 3-0 für Cynic gegen Mighty. Mhm. Ich hab das geguckt, hab auch eine Reaction zugemacht. Ich hab so unabhängig davon, ich hab für mich auch direkt gesagt so, für mich ist auch Mighty der geilere Rapper so. Auch diese Chronometer-Schaden, drudududu, weiß ich nicht, ne, Zeile, die du auch vorgehoben hast. Für mich war das auch der geilere Rapper. Und dann wurde mir auch vorgeworfen, ich hab keine Ahnung, von Battle Rap, blablibblub. Und jetzt wollte ich fragen so, du bist natürlich immer noch deiner Meinung. Warum? Wahrscheinlich hast du deine Meinung diesbezüglich nicht geändert. Ich hab auch direkt schon gesagt, hätte ich das, vielleicht wäre die Situation auch eine andere gewesen, hätte ich das zu Hause auf YouTube geglotzt. Und wäre ich so drauf gewesen, dass ich einfach nur Entertainment wollte, dann hätte ich vielleicht sogar Cynic vorne gesehen, einfach aufgrund der Sprüche. Ich fand Cynic immer sehr, sehr gut und hab ihn fast immer als Gewinner gesehen bei seinen Battles so. Aber vor Ort war das für mich ähnlich wie die Situation zwischen Lars und Drop. Natürlich nicht so eine große, nicht ansatzweise so eine große Diskrepanz, aber Lars hat nur Real Talk gemacht, Drop hat Witze gemacht. Für mich geht Real Talk über Witze. Außer die Witze sind so krass, dass du sagst, ey, das ist absurd so, ne. Also der hat ihn gerade wirklich, ich kann nicht mehr, ich lache, ich heule so, ne. Und ich glaube Cynic ist ein grandioser Battle Rapper, ich glaube Mighty ist ein grandioser Battle Rapper, aber dort vor Ort, nachdem wie ich das empfunden hab, so, hab ich einfach Mighty vorne gesehen. Sorry. Das war einfach so, das hab ich auch Cynic erklärt, warum. Und zum Beispiel, ich hab auch das Beispiel Loaded Luxe Calico gegeben und Cynic hat zum Beispiel Calico vorne gesehen. Ich kein Meta. Also für mich war Luxe, selbst mit seinem Joke in der ersten Runde und das ist jetzt vielleicht ein bisschen intern, aber die, die Battle Rap kennen, die wissen das. Für mich war Luxe definitiv vorne so, ne. Und es gibt viele so eine Battles, wo die Leute sagen, nee, der mit den Witzen hat gewonnen, so, ne. Aber, keine Ahnung, für mich war es einfach Mighty, ich fand das, ich fand die Perspektive, die er eingenommen hat, sehr, sehr gut und sehr wichtig, so, ne. Und das war dann halt eher wie ein Song, so, ne. Und ich hab das wie so ein, wie so ein Song gesehen. Ich hab vom Mighty Battle, von Cynic, ich schwere dir bis heute, ich kann mich an keine einzige Zeile erinnern, die er in den Battle gebracht hat. Aber ich weiß inhaltlich, was Mighty erzählt hat. Zum Beispiel, dass er von seinem Lebenswandel erzählt hat. Man kann dann sagen, man kann sagen, meiner Meinung nach hat das in einem Battle nichts verloren. Aber ich hab ja emotional gejudged, so, ne. Ich hab nicht gesagt, ich judge nach den Regeln von Rap am Mittwoch oder Top-Tier-Takeover. Niemand hat mir die Regeln genannt. Niemand hat davor gesagt, du musst so und so judgen. Wenn Andres zu mir gesagt hätte, Dicker, du musst aber darauf achten, es geht viel mehr um Punches, du musst den Lines mehr Gewicht geben, du musst die Sachen, darfst sie nicht so im Zusammenhang sehen, dann hätte ich vielleicht auch anders judgen können. Aber ich hab gesagt, und Tierstar war 100%, also Andres war auch 100% meiner Meinung und hat gesagt, ey, das ist völlig okay, wie du gejudged hast, nach deinem Wissen so, ne. Ich wollte da niemandem was Böses, Fakt ist, die haben die Kohle eh aufgeteilt. Cynic hatte den Hype des Grauens dadurch, also ich glaube, da ist niemand als Verlierer rausgegangen. Sind beide, haben großartig gewonnen dadurch. Hast du einen neuen Track von Cynic gehört? Nee, noch nicht. Man kriegt ein bisschen viel Hate ab, leider Gottes, aber ich find den relativ geil. Kannst du mir noch fünf Idole nennen, wenn du fünf, wenn du fünf Deutschrap-Idole, oder? Deutschrap-Idole hab ich keine, also du meinst so, für mich selbst. Fünf Hate-Rate-Deutsch-Rapper, die, wo du sagst, okay, das sind geile fünf deutsche Rapper. Das ist so schwer, weil es gibt gute neue, es gibt Leute, die muss man immer nennen, also Samy musst du auf jeden Fall seinen Respekt immer geben, so. Samy ist ein großartiger MC, krasser Live-MC, hat heftige Songs gemacht, so, ne. Du musst einen Sido erwähnen, weil Sido einfach die Hit-Maschine ist und einfach Storys erzählen kann, wie kein zweiter. Dann hab ich aber natürlich auch persönliche, dann musst du Assad erwähnen, weil Assad hat einfach Street-Rap gemacht. Für mich ist aber definitiv Haft auch in dieser, in dieser Ding, ach klar, man, Haft ist für mich einer der Kings. Also der ist für mich, ich sag immer, der ist für mich der größte deutsche Rap-Star in der Form, wie er sich gibt, wie er rüberkommt. Das ist der Einzige, bei dem ich das nicht albern finde, wenn der tausend Ketten trägt und einen fetten Mantel und so weiter. Aber dann gibt es natürlich Rapper, die ich persönlich zu Tode feiere, wie CR7, wie Oli Bagno, wie BOZ. CR7, das sind die Rapper, auf die ich ausraste, persönlich so, ne, wo ich mir Songs anhöre, DKBOZ hat Songs, die sind Jahre alt, die höre ich mir an und sag, geil, Gänsehaut, so, ne. CR7, da kriege ich Sachen in der Musik auch mit und inhaltlich, wo ich sage, heftig, habe ich von keinem anderen gehört, so geht's immer weiter. Aber natürlich, wie gesagt, diese vier, die ich genannt habe, dann, keine Ahnung, man, es gibt so viele Leute, die auch so diesen Platz da verdienen, so, ne, und denen du auch ihren Platz da gönnen musst, so, weißt du. Und wo du auch sagen musst, ey, ganz unabhängig von meinem persönlichen Geschmack, sondern du musst sagen, aus Respekt muss ich dem, diese, 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 in dieser Top Ten, in dieser Top Five, muss ich ihm seinen Platz da geben. Nice. Vielen Dank für deine ganzen Fragen, die du beantwortet hast. Danke dir, Alter. Ich könnte mit dir wirklich so, ich hab wirklich mit dir... Ja, wir machen noch einen zweiten Teil. Digga, Leute, Sabas am Start, du kannst gerne noch was sagen, wenn du... Wir haben alles gesagt, Alter. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, war meine, ehrlich, kannst du durch den kleinen Reiter quatschen. Yes, yo, wir hören und sehen uns, Freunde, wir sind raus, peace, bis... Chichi. Yo, Chichi, SAV, euer bester Freund. Bis dann, peace. Und er von meinem Rasen. Du sollst den Channel abonnieren, oder hast auf dem Baum geschlafen.